Hallo, ich bin die Gründerin von Art of Motion Training in Movement und Entwicklerin von Slings Myofascialem Training. Und dazu bin ich natürlich auch noch Karin. Also heute mit mir ist Antonia und Simon, zwei unserer Dozentinnen bei Art of Motion und wahrscheinlich hast du es bereits erraten. Heute möchten wir dir Anatomy Trains in Motion vorstellen. Anatomy Trains in Motion ist im Grundsatz ein Anatomie-Kurs, in dem du das von Thomas Myers entwickelte Anatomy Trains-Konzept in Bezug auf körperbewusste Bewegung vertiefst und aus anderer Perspektive verstehen lernst. Der Kurs ist randvoll mit funktioneller Anatomie, bewegungselevanten Informationen und praktischen Beispielen, die nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern in der Praxis auch hervorragend funktionieren. Anatomy Trains in Motion ist das Fundament für die Ausbildungskurse in Slings Myofascialem Training. Im Zentrum des Kurses stehen die Myofascialen Meridiane. Die integrale Anatomie dieser körperweiten Schlingen, den Funktionsweisen und sensorische Qualitäten sowie ihre Beziehungen sind für Haltungsevaluation, Lektionsplanung und Unterricht unendlich wertvoll. Und ja genau, Myofasciale Meridiane sind sehr viel mehr als Linien, die auf Übungen überlagert werden können. Die Essential Events oder anders gesagt die Gelenkbewegungen, die beim Gehen nötig sind, um die Myofascialen Meridiane effizient zu aktivieren, werden während der drei Tage immer wieder thematisiert. Die gesamte Theorie wird mit zahlreichen Übungen, funktionellen Sequenzen und einer speziell entworfenen Anatomy Trains in Motion-Lektion in Bewegung übersetzt. Wenn du integrale Anatomie liebst und dir durch Bewegung ein erweitertes Bild der Anatomy Trains Körperkarte aneignen möchtest, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Redaktion Fertig Bedeutung Aufgarbe